Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge zu Far Cry 5 auf diesem Kanal. Wir sind heute und in den nächsten Folgen in dem Gebiet Holland Valley unterwegs, welches von John Seed beherrscht wird. Ich hoffe es ist für euch ok, wenn wir nicht von der ersten Mission an beginnen. Die ersten Missionen sind leider in nicht guter Qualität aufgenommen worden. Deswegen wollte ich diese euch nicht zumuten. Ich denke die ersten Missionen kennt ihr sowieso bereits aus den unzähligen Previews vor dem Release. Kommen wir zu der heutigen Mission. Diese heißt Todeswunsch und will erledigt werden von meinem Begleiter GameTolic und mir. Das Ganze ist auf Twitch entstanden. Wenn du magst kannst du gerne meinen Twitch Kanal besuchen und ein Follow hinterlassen. Dann verpasst du auch keinen Stream mehr. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich schon mal sehr und wünsche euch viel Unterhaltung. Ist das eine Tankstelle, du? Hey, ich kann gar keinen hier anvisieren. Ich sehe überhaupt keinen. Oder bin ich blind? Wahrscheinlich. Da, 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 da. Ich hab einen. Ah, guck mal der hat so eine Krone. Auf. Warte, wir müssen glaube ich weiter links. Ja, ich geh mal auch weiter links zum Busch. Ach du Scheiße, da kommt jemand. Ja. Auto. Lieber unten halten. Mhm. Ja. Wir wollen ja jetzt keine Aufmerksamkeit. Ich meine, ich könnte... Auf und zlenken. Könnte... Ah, da sind zwei Typen. Ich könnte den, den mit der Krone... Könnte ich einen... Oh. Drei. Das ist noch sogar einer, ja. Vier. Warte, ich guck mal eben. Oh. Kommt jemand. Auto kommt Transporter. Transporter. Oh, oh. Ihr seht mich nicht. Ich bin ein Busch. Beschaffe den Todeswunsch. Also... Könnt ihr den einen Typen Headshot geben? Der mit der Krone. Ah... Oder? Oder wir machen... Ja, stimmt. Warte mal. Dann lass mal... Ich fahre. Was? Wuh? Wir fahren. Kann man den Typen abschießen? Äh... Sollen wir ihm folgen? Ja, müssen wir. Ich hab gar nicht, äh... Ich hab gar nicht zugehört. Ich dachte, man kann ihn erschießen, aber... Wir haben zu lang gewartet. Wo ist denn der? Achso, da, 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 da. Ich seh'n. Aber ich wollte den Fahrer abschießen, aber irgendwie hat's nicht geklappt. Für Folge, warte mal. Für Folge. Oder vielleicht müssen wir sogar abwarten. Ups. Oh. Ne, ich glaub, wir müssen den Fahrer abschießen. Okay. Ich glaub, wir haben einen Kollegen hier, oder? Ja, ja, ja. Der bei uns ist. Aber ich glaub, wir müssen nur den Fahrer abschießen. Oh. Ich wollte meinen Raketenwerfer auspacken. Aber ich glaub, der Kollege macht das schon. Ja, ich glaub, der schießt besser als wir. Fahr mal... Okay, warte. Der hält aber ganz schön viel aus. Ja, eigentlich schon. Ich hab das Gefühl, ich mach das Auto gleich kaputt. Ah, ich glaub, das ist ein Panzerwagen. Hab ihn! Ich hab ihn erledigt. Super. Oder war das der Typ? Doch, doch, doch. Ey, der hat zwei unserer Leute getötet. Ich glaub, wir müssen das Auto abholen, oder? Kann das sein? Ja. Beschaffe. Bei mir steht Beschaffe. Scheiße, ich hab das schon zum Qualm gebracht. Äh, willst du fahren, oder soll ich? Ja, ich kann auch fahren. Ich versuch's. Okay, warte. Warte. Ich geh dann, äh, in den Turm. Okay, ich versuch's mal, zu fahren. Bist du drin? Ja, ja. Ja. Wo ich dachte, ich hab dich überfahren. Das hat sich grad so angehört. Knochenfrüchte. Knochenfrüchte. Ja, hat sich echt so angehört. So, aber weißt du was? Ich nehm die Straße. Weil. So. Juhu. Vorsicht, wir kommen! Wir haben ja bald eine Fußball-WM, deswegen. Oh, Vorsicht, Kür auf der Straße. Ja, ja, hab ich schon gesehen. Eine Leiche. Ah, warte, warte, hier müssen wir hin. Jetzt müssen wir weiter. Oh, oh, hinter uns, hinter uns, wir haben verfolgt. Nee. Keiner. Nee, nee. War nur so ein kleiner, sklein. Sklaven-Transporter. Sklaven-Transporter, genau. Sklaven-Transporter. Da ist noch ein Sklaven-Transporter. Wir müssen keine, ähm... Keine Aufsehne reden. Es sind zwar Menschen drin, aber okay. Wir wollen ja jetzt die Mission erstmal machen. Genau. So. Ich glaub, wir sind ja auch schon da. Juhu. Aua! Vorsicht, Vorsicht! Ja, geht schon. Ist das einer von uns? Nee, nee. Achso, der ja. Ja, ja. Ja, okay, den haben wir erledigt. Dann haben wir es, ja. Cool. Okay. Okay. Okay, das war jetzt auch keine... Nur zwei Typen. Keine Situation. Äh, guck mal, hier ist eine Schottie, wenn du eine haben willst. Ich glaub, die hat die schon mal, ne? Ja. Äh, ich muss erstmal Kills mit meinem Aketenwerfer machen. Okay. Ja, es kommen ja noch genug Autos. Stimmt. Steige wieder zu Merle in den Todeswunsch. Ah, hier ist ein Schotter. Uh! Aber Moment, Moment. Kann man hier nicht irgendwas... Suche die Gefangenen. Hey, wir müssen wieder in das Ding rein. Willst du fahren? Weil ich wollte mit meinem Raketenwerfer noch ein paar Kills sammeln. Ja, klar. Hey, 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 hey. Hole Merle mit dem Todeswunsch ab. Also das Auto heißt Todeswunsch. Hm. So. Mal eben schauen. Wo müssen wir... Ah, okay. Ah, gut. Ist er schön bei uns drin? Ja. Er ist an dem MG dran. Aber irgendwie qualmt das Auto. Ist nicht so gut. Ja, ich habe, glaube ich, mehr auf das Auto geschossen als auf den Fahrer. Nein! Ah, hier sind Zivilisten drin. Hier sind Zivilisten drin. Ja, ja. Aber den könnte ich kaputt machen, oder? Ja, Vorsicht. Hier ist eine... Okay. Ja, ja. Okay, nee. Ich habe einen erwischt. Moment. Bin ich schon vorbeigefahren? Oh! Hier, schieß auf die! Ja, ich kann schlecht schießen, Rad. Zu spiel. Ich hoffe, ich... Nein! Ich bin ausgestiegen. Fuck. Sorry. Ich habe auch den falschen Knopf gedrückt. Okay. Sorry. Ist unser Kumpel drauf? Nee, der ist noch nicht drauf. Irgendwie ist er mit dir mitgelaufen. Keine Ahnung. Ja. Komm, steig ein. Hör auf zu quatschen. Hä? Was macht der? Wieso... Wieso rennt er weg? Der schießt jetzt gegen die Typen? Na, warte. Ich gehe mal an... an das MG. Ah, nee. Also, irgendwie... Ich weiß nicht, was der Typ jetzt da machen will, aber... Ah, wegen den... wegen den Typen vielleicht, weil die uns verfolgen. Boah! Da war ein Flammefer-Typ. Ja. Fuck, 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 fuck. Scheiße, wir müssen den retten. Kannst du den retten? Ich halte dir auf. Ich habe ihn. Ich glaube, die sind alle tot. Oh. Für den Vater. Er lebt noch einer? Ja, komm. Egal. Ja, weil das Auto ist fast schon... zerstört. Okay. Das ist recht, das ist recht. Okay. Ist der drin? Jetzt kommt der. Hallo, steck doch ein, Kollege. Ja, jetzt. Nein! Daneben. Warum mal scheiße. Der ist ein bisschen weggefahren. Naja, okay. Ja, ist schwer. Außen fahren in ein Auto zu schießen. Naja. Aber ich muss sagen, die Raketenwerfer sind nicht realistisch gemacht. Die schießen gerade, ne? Perfekt, perfekt gerade. Ja. Naja. Muss ja nicht alles realistisch sein. Oh, wir müssen hier rechts... Das ist ja kein Tag auf hier. Genau. Wow, was ist das denn? Zerstöre die Vorräte der Sekte. Neun Stück. Okay. Ihr seid die Allermarsch. Durch die Rauchwolke vom Motorraum sehe ich gar nichts, ey. Kann man eigentlich das Auto reparieren irgendwie selber? Ist da jemand? Hier sind... Ja, 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 ja. Deswegen wollte ich erstmal hier mit... Okay. Mit Vorsicht. Go, go, go. Ja, ich sehe einen. Ja, ich auch. Den können wir bestimmt stealth töten. Mit Baseballschlägern. Also da oben quatscht einer irgendwo. Ich habe ihn mit zwei Baseballschlägern. Scheiße. Kommt er irgendwie nicht hoch. Oh, irgendwie hat er uns gesehen. Hat er uns gesehen? Hä? Äh? Wirfst du mit Baseballschlägern? Ja, ich versuch's. Hat nicht geklappt. Oh. Oh. Die Sau. Fuck. Hä? Wo... Wo... ist denn der Kerl? Wo sind die denn? Die waren grad... Ach, der... Ach, hier... Oh, ich dachte, das wird ihr. Die waren links neben dir. Meine. Nein. Okay. Nicht die Sniper. Oh. So. Hä? Mein AK wird geschmissen. Ja. Lieber nicht. Dafür war sie zu teuer. Ja. Das stimmt. Also, zerstören heißt... Zerstören. Einfach anschießen. Genau. Das ist doch dieses komische... Zeug, womit die... Die Leute... So manipulieren halt. Ja, genau. Vorsicht, neben dir ist nur ne Kiste, ne? Warte. Hey, ich kann das hier nicht plündern. Ich glaube, ich bin so ein bisschen betäubt. Von diesem Zeug. Ach so. Schaufel. Ich hab keine Emotionen mehr. Ah, hier in dem... Äh... In dem Schuppen ist noch was. Hab ich denn jetzt meine Baseball-Schläge eingesammelt? Äh... Da liegen irgendwie drei Baseball-Schläge auf dem Boden. Ah, ja, ja. Ich hab... Irgendwas eingesammelt. Oh, wir haben noch was vergessen. Einen haben wir noch vergessen. Oh, tatsächlich. Es sind nur Feuer- und Einflusslöcher übrig. Welch süße Genugtuung. Du bist ein Naturtalent. Der Todeswunsch gehört dir. Haben die so... Nur diese M4. Ah, warte mal. Hier war... Hier war noch einer. Juhu. Juhu. Alright. Ah, wir haben jetzt so einen Wagen bekommen. Ah, hier gibt's so ein... So ein Spiel, wa? So ein... Ebenquist. Ich hab neue Waffen... ...bekommen. Ja, was? John Cena? John Cena. John Cena. Wieso kriegst du immer neue Waffen? Keine Ahnung. Was ist das für ein Spiel? Das meinte ich doch grad. Ja, ja. Ich wollte ja gucken. Feuertaufe. Gehen Klatsch nixen. Zu dieser Zeit ein kaum bekannter Stuntman aus dem Holland Valley. Spontan in Flammen auf, während er einen Stunt namens die Feuertaufe durchführte. Klatsch raste mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit dahin. Und wahrscheinlich sorgte sein Blutalkoholwert von knapp 5 Promille für die spontane Entzündung. Obwohl die Hitze von tausend Sonnen, Mensch und Maschine miteinander verschmelzen ließ, schaffte Klatsch es zu überleben. Indem er sein Fahrzeug in einen nahegelegenen Fluss lenkte. Die Augenzeugen seiner Großtat gingen zunächst von seinem Tod aus. Doch Klatsch nixen tauchte aus dem Fluss wieder auf, wie der Phönix aus der Asche. Und damit war eine Legende geboren. Bis zum heutigen Tag hat es hier niemand gleich tun können. Dann sollen wir mal ausprobieren? Ja, können wir mal machen. Ich glaube, wir hatten noch keine, ne? Ne, ich hatte noch nie so eine Mini-Mission. Bist du schon im Auto, oder? Ich muss fahren. Ja. Was? Musst du gegeneinander fahren? Ich glaube, wir fahren für sich, also. Ich brenne schon. Ich auch. Ich bin irgendwie stecken geblieben. Ich kann noch weiterfahren. Aber... Scheiße. Ich hab verloren. Ah. Wow. Also wir müssen echt... Wir dürfen nicht diese Fässer anfassen. Hm. Boah. Ja, ich bin stecken geblieben irgendwie. Okay. Ja, dann... Ja, ich bin ausgestiegen und dann war es vorbei. Ah, okay. Okay. Handbremse, schießen. Schießen kann man sogar. Ach so, das Auto brennt schon die ganze Zeit. Ah, okay. Oh, da müssen wir sogar die Fässer... Boah. Boah. Ja, ich verpfohl. Boah, das Auto ist so unkontrollierbar. Oh. Erinnert mich an dieses Spiel Grit. Ja. Oh, das hat Spaß gemacht. Da konntest du auch, glaube ich, solche Autos nehmen. Und in seiner Rallye mitmachen. Boah. Oh, scheiße. Hey, wie fährt man... Ich kann nicht zurückfahren. Okay. Wie fährt man zurück? Rückwärts fahren? Also S? Geht... Geht nicht. Äh. Nö. Irgendwie bleibe ich immer so stecken, dass ich nicht mehr raus kann. Wie ist das möglich? Ja, dann... Egal, vielleicht kannst du... Vielleicht kannst du das rangewinnen. Aber ich glaube, wir müssen beides... Ja? Ja, ich glaube schon. Was für ein Anblick. Was für ein Anblick. Habe ich die Mission geschafft? Ja. Ja, gerade so durch die Kontrolle. Ja. Cool. Yeah. Ich dachte, ich wäre gerade auf dem Mond, weil das so... Weil ich so weit in der Luft war. So lange... Okay. Ey, unser Wagen... Warte mal, wo ist... Du hattest einen Spaß? Oh oh. Junseat. Hier sind Gegner. Was? Ein Flugzeug. Jo. Wir sehen uns bald. Ach du Scheiß. Ich habe den Fahrer gekillt. Ja, habe ich gesehen. Aber ich habe keinen Schuss gehört. Ey. Wir haben zwei Leute ergerätert. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht. Oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht die Glocke bei YouTube zu aktivieren. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao. Ciao.